So, hallo, es geht in diesem kurzen Video noch einmal um Unentscheidbarkeiten. Genau, im Plural. Wir werden also nicht nur allgemein das Konzept der Unentscheidbarkeit noch einmal besprechen. Das haben wir ja schon einige Male in den letzten Videos getan, sondern wir wollen auch ein bisschen die Frage stellen, wie sich die verschiedenen unentscheidbaren Probleme denn noch voneinander unterscheiden. Ist das alles eins oder kann man da noch mal Abstufungen machen? Wie muss man sich das genau vorstellen? Zumindest so im Groben wollen wir noch mal kurz klären. Das soll dann auch der Abschluss sein, dieses ersten Teils dieser Videoreihe Theoretische Informatik und Logik, in dem wir uns mit Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit beschäftigt haben. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies sind die Videos zum Online-Kurs der TU Dresden. Was also möchte ich gleich eingangs mal fragen, ist das schwerste unentscheidbare Problem. Gibt es so etwas überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll, so eine Frage zu stellen? Eines haben wir gesehen, das ist in einer Übung im Detail noch mal besprochen worden. Sie dürfen übrigens auch, wenn Sie die Kurse nur online sehen, gerne sich die Übungsblätter anschauen. Da sind vielleicht auch ein paar interessante Anregungen drin, wenn Sie die Links in der Beschreibung sich anschauen. Und da finden Sie die Vorlesungswebseite und dort gibt es die Übungsblätter mit den entsprechenden Aufgaben, auch zur Selbstkontrolle ganz praktisch. Wir haben also gesehen in einer Übung, jedes semi-entscheidbare Problem kann auf das Halteproblem ManyOne reduziert werden. Mit anderen Worten, wenn man das Halteproblem lösen kann, kann man jedes andere semi-entscheidbare Problem auch lösen. Das Halteproblem ist also schon sehr mächtig in diesem Sinne. Das kann sogar noch weiter erweitert werden, denn ManyOne-Reduktion ist natürlich schon eine relativ spezielle und starke Art von Reduktion. Wir haben gelernt, Turing-Reduktionen sind noch allgemeiner und können noch mehr erreichen. Dafür zeigen sie uns auch weniger, wenn wir sie finden. Und was insbesondere mit Turing-Reduktion möglich ist, ist, dass man die Antwort, die man erhält für so ein anderes Problem, auf das man reduziert hat, noch einmal umkehrt, also komplementiert. Das heißt, man kann mit einer Turing-Reduktion auch leicht die Komplimente semi-entscheidbarer Probleme, also ich könnte sagen, co-semi-entscheidbarer Probleme, lösen und entsprechend reduzieren. Das haben wir auch schon vorher unterschieden, diese beiden Seiten, semi-entscheidbarkeit, co-semi-entscheidbarkeit, sind unterschiedliche Dinge, die natürlich immer gemeinsam auftreten. Wenn ein Problem semi-entscheidbar ist, dann ist das andere, also das Kompliment davon, co-semi-entscheidbar. Und in der Regel sind, wenn wir das so sagen, beide Probleme unentscheidbar und natürlich auch nicht beide semi-entscheidbar und nicht beide co-semi-entscheidbar, denn sonst würden wir eine Entscheidbarkeit. Okay, also diese Arten von semi-entscheidbarkeit, co-semi-entscheidbarkeit lassen sich alle auf das Halteproblem reduzieren. Mit anderen Worten, wenn man das Halteproblem lösen könnte, dann könnte man jedes semi-entscheidbare und jedes co-semi-entscheidbare Problem lösen. Das Halteproblem hat also in dem Sinne eine besondere Stellung hier unter den anderen unentscheidbaren Problemen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Und eine natürliche Frage wäre jetzt natürlich zu sagen, ist das Halteproblem das schwerste unentscheidbare Problem in diesem Sinne? Also mit anderen Worten, sind alle unentscheidbaren Probleme auf das Halteproblem reduzierbar? Das ist also eine berechtigte Frage. Könnte, ist das sozusagen die Obergrenze? Wenn man das lösen könnte, wäre alles irgendwie lösbar. Ja oder nein? Ja, was denken Sie? Sie können ja mal darüber nachdenken, wie Ihnen das erscheint, was Ihre Intuition wäre. Hinweis, Sie können mit den Mitteln, die Sie haben, aus der Vorlesung schon selbst zu einem Argument gelangen, wie diese Frage zu beantworten ist. Kleiner Tipp, woher wussten wir überhaupt, dass es unentscheidbare Probleme gibt? Ja genau, wir hatten gezählt, wir hatten geschaut, wie viele Probleme gibt es, wie viele Algorithmen gibt es und dann festgestellt, ja es gibt viel zu viele Probleme. Kann man nicht alle lösen können. Wie ist das jetzt hier nützlich, wenn ich frage, sind alle unentscheidbaren Probleme auf das Halteproblem reduzierbar? Dann ist das natürlich erstmal nicht so, dass wir hier einfach Algorithmen zählen können und dann feststellen, es gibt zu viele unentscheidbare Probleme. Aber Fakt ist schon, wenn ich von allen unentscheidbaren Problemen spreche, dann ist das immer noch eine sehr große Anzahl, eine sehr hohe Kardinalität, überabzählbar. Viele gibt es da. Die Frage ist jetzt, gibt es auch überabzählbar viele Probleme, die man auf das Halteproblem reduzieren kann? Und wenn man da etwas drüber nachdenkt, dann stellt man fest, nein, das kann nicht sein, weil nämlich die Reduktion selbst ja auch ein Algorithmus ist. Eine Reduktion muss ja irgendwie implementierbar sein. Und es kann also auch nur so viele Reduktionen geben, wie es Algorithmen gibt und dementsprechend nicht genügend, um alle unentscheidbaren Probleme zu reduzieren. Also die Antwort lautet, nein, sicher nicht. Und die Skizze ist so, wie ich sie gerade auch vorgegeben habe, beziehungsweise hier noch ein bisschen anders dargestellt. Also wir können uns allgemein Turing-Reduktionen als, also das, was ich ziziert habe, war eher für den Fallen Many-One-Reduktionen, weil die Reduktion selbst eine berechnete, zu berechnende Funktion ist. Also hier geht es ja natürlich um Turing-Reduktion, aber auch die Turing-Reduktion kann ich mir als eine Art Algorithmus vorstellen. Ich hatte ja immer gesagt, Turing-Reduktion bedeutet, wir dürfen einen Algorithmus schreiben, der eine Subroutine hat, die das schwere Problem nutzt, so oft und so viel wie gewünscht. Und klar, das ist unter Umständen etwas, was man überhaupt nicht implementieren kann. Eine Subroutine für das Halteproblem haben wir eben nicht. Aber Sie können natürlich leicht in einer Programmiersprache oder als Turing-Maschine auch in irgendeiner Form ein Programm, ein Algorithmus kodieren, das so eine Subroutine aufruft und dann irgendetwas tut. Im Prinzip haben wir das, wenn wir Beweise geführt haben, mit solchen Turing-Reduktionen, die hat es schon gemacht, die Beweise skizzieren auch, wie ein Algorithmus arbeiten würde. Und alles, was wir dabei tun müssen, ist zu sagen, an dieser Stelle rufen wir die Subroutine auf. Wir müssen ja nicht sagen, wie die implementiert ist. Das heißt mit anderen Worten, auch solche Algorithmen, die also eine Subroutine nutzen, die vielleicht selbst gar nicht berechenbar ist, zum Beispiel das Halteproblem, auch solche Algorithmen kann man natürlich endlich aufschreiben. Das würde auf viele Arten möglich sein. Das heißt also, auch die Menge dieser Algorithmen ist abzählbar. Und das ist das, was hier steht. Also für Turing-Maschine müsste ich das noch ein bisschen mehr definieren. Da hätte das was mit Orakel-Maschinen zu tun. Nun, das habe ich hier nicht eingeführt, aber auch solche Turing-Maschinen, die Subroutinen aufrufen können, sind endlich beschreibbar. Es gibt also nur abzählbar viele. Es gibt überabzählbar viele Probleme. Also kann man die meisten davon nicht Turing reduzieren auf das Halteproblem. Okay, also so leicht kann es nicht sein. Es gibt immer noch viele schwerere Probleme. Auch wieder hier, klar, die Menge der Dinge, die man reduzieren kann, ist abzählbar und damit verschwindend gering. Es gibt also sehr viel mehr Probleme, die nicht so zu lösen sind. Okay, also erster Eindruck, es kann noch viel schlimmer sein als das Halteproblem, noch viel schwieriger als das Halteproblem. Und die allermeisten Probleme sind auch tatsächlich so schwer. Okay, zum Glück nicht die meisten, die wir in der Praxis lösen wollen vielleicht. Jetzt ist aber natürlich die Frage, nachdem wir so einen allgemeinen Existenzbeweis mit Abzählen wieder hier leicht konstruieren konnten, gibt es da auch konkrete Beispiele für? Ja, also nur zu wissen, es gibt irgendwie diese vielen Probleme, die man nicht lösen kann. Das ist zwar schon mal ein guter Anfang. Es gibt eine Hoffnung, dass es sich lohnt, danach zu suchen nach solchen Problemen. Aber es erklärt jetzt erst mal noch nicht alles, weil wir noch nicht so einen richtigen, konkreten Fall gesehen haben. Also nächste Folie gibt es auch konkrete, unentscheidbare Probleme, die sich mithilfe von P-Halt nicht lösen lassen. Ja, natürlich. Zum Beispiel folgendes, und das ist eigentlich ein ziemlich leicht zu konstruierendes, kanonisches Problem. Wir nehmen das Problem P-Halt hoch 2 oder 2. Ordnung, würde ich vielleicht sagen. Wie funktioniert das? Gegeben ist ein Wort W und eine deterministische Turing-Maschine M, die selbst schon P-Halt als Subroutine verwenden darf. Ja, also das ist im Prinzip so eine Turing-Maschine, wie ich sie gerade skizziert hatte, die also ein Programm kodiert, das eine Subroutine hat, die das Halteproblem löst. Wir wissen, solche Turing-Maschinen gibt es nicht. Aber stellen wir uns mal vor, es gäbe sie. Mathematisch ist jedenfalls klar, was sie tun sollten. Mehr oder weniger, ja. Es ist definiert, was die Subroutine ausgeben müsste. Es gibt nur keinen Algorithmus, der das berechnet für uns. Aber wenn man das irgendwie ermitteln könnte, dann würde es trotzdem möglich sein, so einen Algorithmus abzuarbeiten. Jedes Mal, wenn er die Subroutine aufruft, wird eben ein Halteproblem uns gestellt und das hat irgendeine Antwort, ja. Und in jedem Fall, egal wie die Antwort ausfällt, macht der Algorithmus dann auch wieder was. Und ich kann jetzt natürlich die Frage stellen, hält diese Turing-Maschine, die selbst schon das Halteproblem als Subroutine benutzen darf, auf dieser Eingabe? Und das ist sozusagen ein Halteproblem höherer Ordnung. Wir fragen nach dem Halten von Maschinen, die schon mächtiger sind als Turing-Maschinen, weil sie diese Subroutine haben, die es eigentlich nicht geben kann. Und das ist zum Beispiel ein Problem, was man nicht auf das Halteproblem reduzieren kann. Die Maschinen, die hier arbeiten, haben alle schon das Halteproblem eingebaut. Tatsächlich können sie sogar leicht zeigen, dass man dieses Problem nicht mithilfe einer Turing-Maschine lösen kann, die das Halteproblem als Subroutine benutzt. Und das ist im Prinzip ein Beweis, der genauso funktioniert wie der Diagonalisierungsbeweis, den wir für die Unentscheidbarkeit des Halteproblems selbst schon verwendet hatten. Da hatten wir ja gesagt, angenommen, es gäbe so eine Maschine, die könnte vorhersagen, ob sie selber hält und dann könnte sie sich absichtlich anders verhalten als das. Und das geht hier natürlich auch, auch wenn die Maschine Subroutinen verwenden darf. Könnte, wenn es einen Algorithmus gäbe, der das herausfindet, ob die Maschine selbst hält, könnte sie den Nutzen intern und damit vorhersagen, ob sie selbst halten wird und sich dann absichtlich anders verhalten. Also es ist genau der gleiche Beweis, das gleiche Argument, nur eine Stufe höher, weil jetzt alle Algorithmen, die hier involviert sind, diese magische Subroutine haben. Und man sieht leicht, das kann man jetzt beliebig weiterspielen. Also ich könnte ein noch schwereres Problem, das Halteproblem dritter Ordnung, mir vorstellen, bei dem ich das Halteproblem für Turing-Maschinen betrachte, die das Halteproblem zweiter Ordnung als Subroutine lösen dürfen und so weiter und so fort. Ich würde also eine unendliche Hierarchie unentscheidbarer Probleme bekommen, die immer schwerer sind und schwerer. Haben wir dann also diese so eine unendlich steigende Kette von immer schwereren, unentscheidbaren Problemen? Ist das dann alles? Kann man damit alles, was man sich da vorstellen kann, abdecken? Nee, natürlich nicht. Also all diese Probleme sind immer noch abzählbar viele. Ich habe abzählbar viele Stufen und auf jeder Stufe gibt es abzählbar viele Algorithmen. Abzählbar mal abzählbar ist abzählbar. Und das bedeutet, auch das ist noch weit weniger als die Menge der Probleme, die es insgesamt gibt. Okay, also wir sehen, es gibt sehr viele unentscheidbare Probleme und darunter auch sehr schwere, die also so schwer sind, dass man sie zwar definieren kann, aber dass es schon klar ist, dass man sie nicht mal im Ansatz lösen könnte sozusagen mit den Algorithmen, die wir haben, weil sie sich schon mit Dingen beschäftigen, die an sich schon schwer zu fassen sind. Und trotzdem sind wir dabei bei weitem noch nicht oben angekommen. Also man kann sehr schwere Probleme mathematisch definieren. Okay, das ist im Wesentlichen auch das, was wir hier mitnehmen wollen. Also ich möchte hier keine vertiefende Vorlesung zum Thema Berechenbarkeitstheorie machen, aber Sie sehen schon, da kann man noch einige Fragen stellen, zumindest mathematische Fragen. Okay, schauen wir mal in die andere Richtung. Das Halteproblem ist also nicht das schwerste unentscheidbare Problem. Ist es vielleicht das leichteste unentscheidbare Problem? Wäre das die Möglichkeit? Das könnte ja auch sein. Also wir haben im Prinzip das erste, die ersten unentscheidbaren Probleme, die wir kennengelernt haben, waren schon eben so etwas wie das Halteproblem. Also einfache Probleme kennen wir eigentlich gar nicht, die unentscheidbar sind. Ist es so, dass alles, was noch einfacher ist, dann entscheidbar wird? Wie könnte man das formal definieren? Man könnte sagen, die Frage stellen, ist das Halteproblem auf alle unentscheidbaren Probleme touringreduzierbar? Also wenn ich irgendein unentscheidbares Problem habe, ist es garantiert stark genug, um auch das Halteproblem zu lösen. Ist das vielleicht die Sicht, die man haben könnte? Und naja, Sie ahnen es, es stellt sich heraus, auch das gilt nicht. Und das ist aber deutlich weniger offensichtlich. Also das kann man mit den Argumenten, die wir in der Vorlesung bisher besprochen haben, nicht einfach erkennen. Es gibt da ziemlich komplizierte Ergebnisse dazu. Also eine Grundeinsicht, die schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten gewonnen wurde, ist, dass das folgende gilt. Es gibt unentscheidbare Probleme A und B, sodass sowohl A als auch B auf das Halteproblem reduzierbar sind. Also in dem Sinne leichter sind oder höchstens genauso schwer sind wie das Halteproblem. Also wenn ich das Halteproblem löse, habe ich A gelöst und habe auch B gelöst. Aber weder kann ich A auf B reduzieren, noch kann ich B auf A reduzieren. Also mit anderen Worten, die beiden sind unvergleichbar. Wenn ich A lösen könnte, könnte ich damit immer noch nicht B lösen. Also es ist nicht schwer genug, um B auch mitzulösen. Aber umgekehrt, auch wenn ich B lösen könnte, kann ich damit noch nicht A lösen. Und trotzdem sind beide unentscheidbar und können an sich also nicht grundsätzlich von Turing-Maschinen gelöst werden. Was man also sieht, ist hier, dass diese Ordnung, nach der wir die Probleme einteilen, nach ihrer Schwierigkeit in Form von Reduktion, dass dies nicht mal eine totale Ordnung ist. Also wenn man sagt, ein Problem ist schwerer als ein anderes, wenn ich das andere auf das Problem reduzieren kann, also wenn ich sagen kann, wenn ich mein Problem löse, dann habe ich das andere auch gleich mitgelöst, dann würde ich also geneigt sein zu sagen, das andere Problem war irgendwie leichter. So könnte ich ja das versuchen zu ordnen, aber diese Ordnung ist nicht total. Es gibt unvergleichbare Probleme in dieser Ordnung. Und das sind nicht nur zwei mögliche unvergleichbare Probleme, sondern das geht dann sehr die Breite. Also es gibt dann sicherlich auch abzählbar viele verschiedene wechselseitig unvergleichbare Probleme und Ähnliches. Also es ist eine ziemlich komplizierte Struktur, die bei weitem nicht offensichtlich ist und wo man nicht einfach sagen kann, ja, das ist halt ein Problem, das ist so das erste unentscheidbare Problem und ab da geht es aufwärts. Nee, es gibt auch einfachere, die aber dann ziemlich kompliziert zusammenhängen. Und zum Glück uns auch in der Praxis relativ wenig interessieren. Also die kommen eigentlich nicht vor. Also das Halteproblem kann man ja argumentieren, ist ein Problem, was man schon gerne lösen würde, was praktisch wäre für Softwareentwicklung zum Beispiel, so ein Check, ob man ein Programm in der Schleife hat. Aber diese Probleme, die hier benutzt werden, dieses A und B, das sind ziemlich künstliche Probleme, die extra für diesen Beweis konstruiert werden. Übrigens interessanterweise wurde das unabhängig bewiesen an zwei verschiedenen Stellen in den USA und in der damaligen Sowjetunion schon 1956 im gleichen Jahr. Und ja, man kann sehr sicher sein ohne direkten Austausch. Damals war das nicht so einfach, der Forschungsaustausch oder überhaupt die Kommunikation, wie es heute ist. Okay, gut. Also weder leichteste noch schwerste unentscheidbare Probleme sind so einfach zu fassen. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, okay, es ist alles ziemlich kompliziert. Bringt das alles irgendwas? Also sollte man das überhaupt untersuchen? Man kann sicherlich eine Menge Theorie dazu machen. Ja, das ist also das, was man in der Berechenbarkeitstheorie untersucht. Da gibt es sehr viele Arbeiten zu. Und da wurden auch viele Fragen beantwortet. Ja, also da ist viel erkannt worden. Und an sich ist das natürlich mathematisch valide und erkenntnisgeleitete Forschung auf dem Bereich ist sicherlich auch valide und nachvollziehbar. Sie hat halt keinen unmittelbaren Anwendungsbezug. Man kann sich jetzt natürlich fragen, was bringen uns diese Erkenntnisse? Also kann man damit irgendetwas klären oder verstehen, was jetzt einen unmittelbaren praktischen Nutzen vielleicht für uns in der Informatik hätte? Die Antwort dazu, ich glaube, muss fairerweise lauten, jein. Also natürlich sind alle unentscheidbaren Probleme praktisch nicht lösbar systematisch. Also man hat, wenn man Unentscheidbarkeit erkannt hat, schon an sich erkannt, dass es da eine grundsätzliche Hürde gibt, die nicht so leicht zu überwinden ist. Man kann sagen, praktisch ist die Idee der Semi-Entscheidbarkeit noch sehr relevant, weil das heißt, dass wir zumindest in einem von zwei möglichen Ergebnissen mit Sicherheit das Ergebnis irgendwann erhalten. Aber da Semi-Entscheidbarkeit auch immer natürlich bedeutet, dass wir nicht wissen, wie lang die Antwort dauert, selbst in den Fällen, in denen wir sie garantiert erhalten. Ja, sie erinnern sich, wenn ich wüsste, wie lang es maximal dauert, dann wäre es nicht semi-entscheidbar, dann wäre es entscheidbar, dann müsste ich ja nur so lange warten und wenn bis dahin nichts passiert ist, weiß ich, es wird nicht akzeptiert. Also Semi-Entscheidbarkeit ist immer unmittelbar gekoppelt mit unbeschränkter Laufzeit, auch für die guten Fälle. Und das heißt natürlich ja, praktisch irgendwo ist die Grenze und meistens relativ schnell erreicht. Okay, aber das ist immer noch was, wo man sagt, das ist eine relativ gut verstandene und auch eine Eigenschaft, die mit einer bestimmten Intuition für uns kommt. Wenn wir was finden, was semi-entscheidbar ist, dann, da es so viele semi-entscheidbare Probleme in der Informatik gibt, sagt uns das auch ein bisschen was darüber, wie man damit umgeht, was für Methoden man am besten verwendet, um das praktisch zu handhaben. Zum Beispiel, indem man versucht, Fälle zu finden, in denen die Laufzeit doch beschränkt werden kann, die also dann auch entscheidbar sind. Also interessante, praktisch relevante Teilfälle zu identifizieren. Aber das ist natürlich viel konkreter als diese allgemeine Untersuchung der Berechenbarkeit. Was kann uns die noch liefern? Na ja, zu einem gewissen Grad kann uns der Grad der Unentscheidbarkeit schon einen Hinweis auf die Schwere auch von solchen entscheidbaren Teilproblemen geben. Also selbst wenn ich es schaffe, Sonderfälle zu identifizieren, für die ich immer noch einen Algorithmus finde, werden die unterschiedlich kompliziert sich in der Praxis oft ausrechnen lassen. Und diese Komplexität ist schon in gewisser Weise oft verwandt mit der Komplexität des Gesamtproblems. Zumindest ist das ein guter Anhaltspunkt im Detail, muss man natürlich immer schauen. Dafür habe ich sogar ein Beispiel, um das noch ein bisschen zu illustrieren, was ich damit meine. Das Universalitätsproblem von Turing-Maschinen fragt, ob eine Turing-Maschine alle ihre Eingaben akzeptieren wird. Also gegeben Turing-Maschine M über einem Eingabealphabet Sigma und die Frage ist, ist die Sprache dieser Turing-Maschine einfach die Menge aller Werte? Akzeptiert sie immer? Und das ist natürlich irgendwie erstmal gefühlt etwas schwerer als das Halteproblem selbst. Das Halteproblem, da habe ich eine Eingabe und will herausfinden, ob die Turing-Maschine die akzeptieren oder ob sie halten wird. Ja, aber dann weiß ich auch, ob sie sie akzeptiert. Und hier geht es gleich um alle möglichen Eingaben. Das scheint also nochmal schwerer zu sein. Also da müsste ich ja irgendwie durch alle Eingaben gehen und jede einzelne testen. Also selbst wenn ich eine Halteproblem-Subroutine hätte, wäre nicht klar, wie ich das endlich herauskriegen sollte. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Universalitätsproblem von Turing-Maschinen schwerer ist als das Halteproblem. Aber reduzierbar auf das Halteproblem zweiter Ordnung. Ja, also das ist tatsächlich schwieriger. Und diese zusätzliche Schwierigkeit, die es hier gibt für die Universalität, findet man auch bei Sonderfällen, wo man den Automaten viel, viel mehr beschränkt. Wo man nicht mit allgemeinen Turing-Maschinen arbeitet. Zum Beispiel bei kontextfreien Grammatiken. Bei kontextfreien Grammatiken, das ist das Wortproblem, das ist sozusagen das Halteproblem. Das Wortproblem gibt es natürlich auch für Turing-Maschinen. Ja, ich habe eine Eingabe, wir wissen, ob sie akzeptiert wird. Das ist ganz nah verwandt mit dem Halteproblem. Also das Wortproblem und auch das Leerheitsproblem sind entscheidbar für kontextfreie Grammatiken. Dagegen die Universalität, also ob die Sprache gleich der Sprache aller Wörter ist, das ist unentscheidbar. Also auch in entscheidbaren Fällen ist Universalität schwerer als die anderen Probleme. Endliche Automaten, da ist alles entscheidbar. Und trotzdem sehen wir diesen Schwierigkeitsunterschied noch. Das Wortproblem und das Leerheitsproblem sind effizient lösbar, polynomiell, wohingegen Universalität piece-based hart ist. Was genau das bedeutet, werden wir in späteren Videos noch genauer besprechen. Praktisch heißt es jedenfalls, alle Algorithmen, die wir dafür kennen, sind exponentiell. Das heißt also, auch hier keine polynomielle Lösung in Sicht. Und Sie sehen also, zwar ist das Ganze irgendwie auf der abstrakten Ebene Turing-Maschine, einfach nur ein Grad Unentscheidbarkeit und ein anderer Grad Unentscheidbarkeit. Aber wenn ich dann versuche, das einzuschränken, dann merke ich, dass das auch was bedeutet. Also, dass das nicht nur reine Theorie ist, sondern dass das auch in den einfacheren Sonderfällen irgendwie sich zeigt. Also insofern, man kann schon was daraus lernen. Andererseits gibt es natürlich da auch wirklich viele Erkenntnisse, die zunächst nicht offensichtlich in irgendeiner Weise Anwendungsbezug haben. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht noch mehr Berechenbarkeitstheorie hier machen, sondern dann erstmal in die Komplexität gehen, wo es dann auch viele praktisch relevante Fragen gibt. Okay, das war es jetzt also mit meinen Schlussbemerkungen zum Thema Unberechenbarkeit, Unentscheidbarkeit in diesem Fall. Und wir schauen in Richtung Komplexität. Im nächsten Video werde ich Ihnen noch ein bisschen eine andere alternative Sicht auf Berechenbarkeit anbieten mit Linial und Zirke und damit ganz andere Dinge erzählen, als das, was wir bisher über Turing-Maschinen gehört haben. Aber wir kommen dann schon wieder zu den Turing-Maschinen zurück, keine Angst. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Jaen, tschüss. Wenn das ist, was wir nicht mehr